Hallo Ober Sendling, herzlich willkommen zu unserem Stadtteilfest. Nach über zwei Jahren Vorbereitung sind wir wahnsinnig froh, dass wir es endlich geschafft haben, gemeinsam hier zu sein. Wir wollten eigentlich unsere Neuzugänge im Stadtviertel speziell hier auf dem Eron-Gelände schon viel früher begrüßen. Und schon viel früher gemeinsam mit Ihnen feiern, aber Sie wissen selber, warum es zwei Jahre lang alles durcheinander gegangen ist und wir es einfach nicht geschafft haben, eine solche Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Insofern freuen wir uns, dass es in diesem Jahr endlich klappt. Das Wetter spielt mit. Die Leute sind hier. Wir haben ein buntes Programm für Sie zusammengestellt. Im hinteren Bereich finden wir Sie auch noch entsprechende Informationsstände, um sich einfach ein Bild davon zu machen, wie vielschichtig und wie vielseitig eigentlich unser Stadtviertel ist, was für viele Gruppierungen es gibt, was für Angebote es gibt. Also herzliche Einladung, dass Sie sich darüber informieren, was man hier eigentlich alles tun kann und machen kann. Und wir befreuen uns natürlich, dass unsere Nachbarschaft einfach größer geworden ist und hoffen auf einen intensiven Austausch, hier auch natürlich mit Neuzugezogenen. Und Nachbarschaft ist, glaube ich, schon ein gutes Stichwort. Wir wollen auch gleich mit einer guten Nachbarschaft starten, denn das in unmittelbarer Nachbarschaft von diesem E.ON-Viertel liegt das Thomas-Mann-Gymnasium. Und das Thomas-Mann-Gymnasium, wir freuen uns, dass die Big Band des Thomas-Mann-Gymnasiums die Eröffnung unserer Veranstaltung macht mit schmissiger Musik. Und wir freuen uns auf eine gute Eröffnung. Die Big Band des Thomas-Mann-Gymnasiums unter der Leitung von Frau Elger. Die Big Band des Thomas-Mann-Gymnasiums unter der Leitung von Frau Elger. Die Big Band des Thomas-Mann-Gymnasiums unter der Leitung von Frau Elger Die Big Band des Thomas-Mann-Gymnasiums unter der Leitung von Frau Elger. Musik Musik So, ja, wie Sie gehört haben, das Leben kann wieder losgehen. Viva La Vida war unser Begrüßungssong für Sie, für Euch alle hier. Und wir als Big Band vom CMG freuen uns ganz besonders, dass wir das Leben wieder genießen können. Hier draußen auf dem schönen Stadtteilfest und natürlich heute Abend beim Abiball. Ich freue mich sehr, dass fünf Abiturienten hier noch extra gekommen sind, obwohl sie heute Abend ihren Ball haben. Und natürlich auch das musikalische Leben, denn wie Sie ja eben schon gehört haben, gerade wir Musiker hier und auch die Schulen insgesamt hatten ja doch jetzt eine harte Zeit. Und wir freuen uns, dass wir endlich wieder alle zusammen musizieren dürfen, dass es mit Auftritten losgeht. Und das ist jetzt unser erster Auftritt außerhalb der Schule. Den wir jetzt nach Corona wieder machen dürfen. Und ich bitte Sie für einen ganz großen Applaus für unsere TMG Big Band. Toll, dass wir da reisen. Ja, wir sind eigentlich noch ein bisschen größer, eine richtige Big Band. Aber heute konnten jetzt nicht alle teilnehmen. Aber wir versuchen das Beste rauszuholen. Und Sie dürfen auch gerne gleich beim nächsten Song etwas mitschnipsen, mit klatschen. Es geht weiter mit Hit the Roadjack. Und danach ein Klassiker der Rockmusik Don't Stop Believing. Und da wünschen wir Ihnen ganz viel Spaß dabei. Ich möchte mich auch an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bedanken für die Einladung. Die Frau Gabler-Floß hat das hier für uns organisiert. Und wir freuen uns sehr, dass wir hier das Stadtteilfest eröffnen dürfen. Viel Spaß. Applaus Musik 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 people Musik Musik